Untertitelung des ZDF, 2020 Sie machen einen Fehler Danke Ich ruf dich nachher an, ja? Okay Jetzt erstmal nach Hause Sehr schön Sind Sie zufrieden? Ihr Vorgehen war illegal Wenn Sie den Jungen befragen wollen, dann gehen Sie einfach offizielle Wege Wundert mich, dass Sie sich für ihn einsetzen Das Opfer ist deutsche Staatsbürgerin Vanessa Kampmann Besorgen Sie sich eine Zeitung, Frau Botschafterin Das ist eine Zeitung, Frau Botschafterin Das ist eine Zeitung, Frau Botschafterin